Konnichiwa YouTube. Hey Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 7 mit euren Jigatobi HD Remake. Jo, wie? Der Blick. Dir wird's bald besser gehen. Du hast lange geschlafen. Ich habe Hunger. Willst du nachfragen? Über ihn? Ich habe Angst. Keine Sorge, ich weiß auch nicht, was mit Claude passiert ist. Ich hätte dir nicht sagen dürfen, dass du dir keine Sorgen machen musst. Sie wissen auch nicht, ob es ihm gut geht. Ist er noch am Leben? Wie lange habe ich geschlafen? Also, tja, muss etwa eine Woche gewesen sein. Was ist mit Sephiroth? Es ist noch nicht vorbei. Erinnerst du dich an das riesige Licht in der Nordhöhle? Seither ist der Krater von einem mächtigen Lichtwall umgeben. Ein jeder weiß Sephiroth schläft im Krater, der durch den Wall geschützt wird. Zu allem Überfluss treibt sich auch noch das Ungeheuer Weapon hier rum. Weapon? Erinnerst du dich an das Riesenungeheuer, das mit Sephiroth auf dem Grund des Kraters war? Jetzt ist es hier oben. Es heißt, es sei ein sagenwogenes Biest aus der Vergangenheit. Weapon beschützt Sephiroth. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es hier oben. Und die Hölle ist los. Im Moment bekämpft Rufus es. Ich sagte nicht gern, aber der Bursche hat Mut. Wir hätten das Fiech erledigen sollen, aber wir haben echt keine Zeit. Zeit? Hey, der Mond... Meteor! Da! Darum hat auf Final Fantasy 7 auch diesen Meteor, ähm, eben halt diesen Logo da. Das hat ja was zu heißen, ne? Oh, wir können jetzt als Hilfe rumlaufen. Hey, hey, hier ist auf jeden Fall als Hilfe rum. Ha, ja. So, jetzt können wir mal gucken. Müssen wir aufgeben? Weiß nicht. Ich dachte, Claude würde auftauchen und euch alle retten. Auch Professor Jojo wollte Claude sehen. Was wirst du mit Claude machen? Sephiroth, äh, anderes ich? Äh. Der Meteor wurde herbeordert. Im Grunde ist alles schon gelaufen. Wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Nein, vielleicht gibt es doch noch eine wichtige Aufgabe für euch. Präsident, die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung sind abgeschlossen. Hinrichtung? Was hast du davon, wenn du uns tötest? Ihr werdet als Verantwortliche dieses Chaos hingerichtet. Die Menschen sind dumm. Sie fühlen sich sicherer, wenn jemand bestraft wird. Wenn ich jemals etwas Gutes über diese Idioten gesagt habe, nehme ich es jetzt zurück. Also, genießt euren letzten Augenblicke. Ich fessel euch die Hände. Ach so, jetzt bin ich barriert. Höhö, ich bin barriert, yeah. Höhö, was geht euch, die blöden Schindler-Possies. Ah, kann die Sprecher, super. Sprecher, 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 Sprecher. Sprecher, 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 Sprecher. Oh, jetzt ist er bei der Anführerin. Ganz oben. Na ja, warte mal gucken. Na ja, da folge ich mal, ne. Ja, morgen. Ja, und was kennen. Ja, kennen. Ah, okay. Was geht hier ab hier? Da rein, okay. Nach draußen bestimmt, ne. So sieht es aus, hm. Ah, doch nicht. Sind alle da? Dies sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn. In der Welt. Wer zum Henker sind diese Leute? Euer qualvoller Tod wird langsweit im Fernsehen übertragen. Scarlett, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch das Chaos, das die Nachrichten vom Meteor aufgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Widerlich. Niemand gibt es zu, aber sie mögen dieses Schauspiel. Wir fangen mit diesem Mädchen an. Wenn, äh, wen ihr es tun müsst, fangt denn mit mir an. Kamera, yeah. Das muss aufs Band. Das Publikum liebt tränenvolle Abschiede. Oh, Mann. Was machst du da? Das hier ist meine Spezial-Gaskammer. Nimm dir Zeit und genieße deinen langsamen Tod. Schlampe. Oh, Mann. Deine Schlüssel fallen lassen. Nun, die Show kann beginnen. Hahaha. Alarm, Alarm. Weapon ist in Ammarsch. An das gesamte Militärpersonal. Alle auf eure Posten. Oh, nein. Es ist Weapon. Lauft. Los, alle. Mist, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlet? Hm. Du bist nicht abgehauen. Ich bin beeindruckt, wie ich mich fühle. Im Moment. Ah. Huch. Schlafgas. Idiot. Oh. Cool. Eine geheime Aktion von Kate. Jawohl. Oh. Ey. Bam. Au, Granate. Ja, ist gut. Bam. So, den ersten Sultan haben wir besiegt. No, das ist beim Reinsatz. Beim selben. Bam. Bam. Yeah. Geschafft. Ha. Ha. Ich bin hier, um zu helfen. Warum gerade du? Gehörst du nicht zu Shinra? Warum? Nun, ich bin gegen die Todesstrafe. Und außerdem, ich hasse dieses Weib. Nun aber komm, wir müssen Tifa helfen. Ich beobachte den Eingang. Okay. Ja, nein. Ich habe bereits den Schalter gedrückt. Oh. Nicht gut. Mist. Sie geht nicht auf. Es ist Weapon. Es ist Weapon. So viele Überfälle in letzter Zeit. Können wir was dagegen machen? Ich denke schon. Ihre Befehle? Kein Grund zu freuen. Wir versuchen es mit unserer großen Kanone. Kanone laden. Kanone in Stellung. Ziel. Weapon. 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 Yo. Hoho Erledigt Die Kanone Feuer Schoen 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 Vielen Dank. Haben wir getroffen? Scheint so. Weapon kommt näher. Es kommt genau auf uns zu. Geschwindigkeit 50 Knoten. Das ist auch möglich. Wir haben es voll erwischt. Was ist mit der Kanone? Wir müssen nachladen. Dann nehmen so lange andere Waffen. Jawohl, Sir. Alle Artilleriegeschütze laden. Siehe Weapon, lasst es nicht laden. Landen. Okay. Ich glaube, der kommt ja jetzt auch schon da. Geschwindigkeit 70 Knoten. Wal-Way. Gas. Barrett, Hilfe. Halt die Luft an. Halt die Luft an, solange du kannst. Spinnst du? Ich kann sie nicht ewig anhalten. Mist. Was? Man, ey. Mann, was ist denn? Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum aus verriegelt Wir brauchen einen anderen Plan Lasst uns erstmal von hier verschwinden Tifa, wir werden dir helfen, versprochen Oh nein, auch hier ist zu Dummköpfe, nun ist die Kleine nicht mehr zu retten Verdammt Okay, nun zu Plan B Lasst uns zum Flughafen rennen Warum zum Flughafen und Tifa zurücklassen? Vertraue mir, wir haben nur eine Chance Oh wow Ein solcher Ah, Flare of I Geschafft Äh, warte mal Ah, warte mal Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm... So, hallo... Gucken wir mal da... Wow... So, wieder wachen... Boom... Fireball! Boom... Boom... Hmm... Scheiße... Und darf er so oft angreifen? Hmm... Ach, Mann... Ja, ey... Halt mal an, hier... Ach, Mann, ey... Ist doch scheiße... Was für ein Arsch... Hallo... Mann, ey... Das ist richtig nervig... Besonders wenn er hier, äh... Zweimal einsetzt hier... Scheiße... Oh... Puh, das wäre ja auch irgendwie schiefgegangen, ne? Okay, die sind auch nicht recht stark jetzt, aber... Ach man, ey. Ah, Redakteure. Was ist das denn? Ja, klar. Aber was die aushalten, die Dinger, ne? Hallo. Ich weiß, du bist in Eile, aber darf ich was fragen? Schnauze, ich hab's eilig. Ah! Mach nicht so einen Krach, ich bin es. Juffi. Was zum Henker machst du hier? Ich erklär's dir später, jetzt müssen wir zum Flughafen. Ach, jetzt haben wir noch Juffi dabei. Bye. Tschüssi. Tschüssi. See you later, conoc'm good. Oh. Nothing, soldier. All right, let's go. So, heilen. So. Schönen wir jetzt diesen Raumschiff da? Raumschiff? Sieht eben wieder nach Hause, oder? Dieses Mega-Teil? Wow! Stimmt wieder Soldiers, ey! Immer diese Soldiers hier! Zwei Stücke sogar, oh man! Oh, Blitz 3 sogar! Was? Was ist der Luchsch? Blitz 3, Alter! Uh! Au! Ja, ist doch gut! Oh, auf den, Mann! Ist jetzt voll behindert, ey! Ehrlich! Lass die immer so viel angreifen! Scheiß Viecher! Ein solcher weniger, naja! Ja! Oh, Mann! Wo müssen wir jetzt hin? Ah, ey! Je nevendel sich jemanden von der Himmel und die Taten, die Taten schon nach vorne wollen. Was? Sieht! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt Das ist jetzt im Flughafen Oh Mann, ey Oh Scheiße, ich werde bestimmt wieder hier total abkacken Die Soldiers sind echt stark, Mann Au, au Komm schon Ja, hau drauf, hau drauf Mach mal so viel unnormale Schaden Besonders für die Charaktere, wo man jetzt nicht wirklich viel trainiert hat Ja 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 Von Tschüss Oh Du hast gehofft Ja 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 Ja